Wir hoffen, Sie haben sich langsam an diesen Mini-Jetlag gewöhnt. Nach der Umstellung auf Sommerzeit. Damit herzlich willkommen pünktlich zu Prisant. Der Superstreiktag morgen wirft seine Schatten voraus. Deutschland soll ja praktisch lahmgelegt werden. Im Fern- und Nahverkehr, sogar in der Schifffahrt. Und an den Flughäfen wird auch gestreikt. Und wer nicht einfach aufs Auto umsteigen kann, der versucht heute noch, sein Glück irgendwie wegzukommen. Großer Streik also morgen. Und Sie haben Rechte, aber auch Pflichten, wenn Sie betroffen sind. Was Sie wegen des Streiks dürfen und was nicht, das erfahren Sie bei uns im Netz auf prisant.de. Dächer wurden von Häusern gefickt und Bäume aus der Erde gerissen. Was der Tornado am Wochenende im Süden der USA angerichtet hat, ist erst jetzt sichtbar. Es gibt viele Tote und Verletzte. Und in einigen Ortschaften von Mississippi eine völlig zerstörte Infrastruktur. Wir werden alles tun, was wir können, um zu helfen. Das hat US-Präsident Joe Biden versprochen. Aus den USA zurück nach Deutschland. Und einem Thema, mit dem es die Polizei immer häufiger zu tun bekommt. Sogenannten Drogentaxis. Die Kundschaft der Dealer steigt kurz ins Auto. Drogen und Geld werden ausgetauscht und fertig. Und damit ist dann auch die Mitfahrt beendet. Die Polizei hat es schon seit geraumer Zeit mit solchen Drogentaxis zu tun. Aber sie hat den Dealern den Kampf angesagt. Wir haben ein Team der Drogenfahndung bei ihren Ermittlungen begleitet. Bei uns im Netz haben wir alles rund um die große Gefahr von Drogen zusammengefasst. Wie z.B. auch Kokain. Brisant.de, unser Service für Sie online. Fans von beeindruckenden Bauwerken dürfte jetzt ein wenig das Herz bluten bei diesen Bildern hier. Er hat wieder Arbeit auf den Tisch bekommen. Volker Stroth. Einer der Spielerberater im internationalen Fußballgeschäft. Zu seinen Klienten zählt ja auch Julian Nagelsmann. Der wurde gerade erst von seinem Trainerposten bei Bayern München entbunden. Ja, vermutlich muss sich Volker Stroth nun kümmern und einen neuen Job für ihn finden. Er hat ja auch die besten Beziehungen und große Namen unter Vertrag. Und wie er es überhaupt soweit geschafft hat, das hat er uns erzählt. Träume werden wahr, man muss nur daran arbeiten. Wie Vicky Leandros, die hat eine Riesenkarriere hingelegt, sagt aber nun bye bye. Und die 90er-Jahre-Musik ist back. Außerdem hat sich für Stefanie Hertel ein Traum erfüllt. Viel los heute in Brisant Prominent. 55 Millionen verkaufte Tonträger, das muss ihr erst mal jemand nachmachen. Vicky Leandros ist seit mehr als einem halben Jahrhundert eine der erfolgreichsten Sängerinnen im deutschen und europäischen Musikbusiness. Sie begeistert ihre Fans aber immer noch. Aber nun hat Vicky Leandros entschieden, ich höre auf und verabschiede mich mit einer großen Tournee von meinem Publikum und gestern Abend ging es dann los in der Elbphilharmonie. Manche Männer lassen sich ja auch gerne mal verwöhnen. Nicht nur die Damen stehen auf Maniküre-Behandlungen. Sänger Sascha zum Beispiel auch. Und Elias M. Barek bekommt sogar von seiner Frau öfter mal eine Augencreme hingestellt. Vorsorge ist auf jeden Fall alles. Bei den Spa-Awards in Kitzbühel waren die Promis los. Und es ging nicht nur um Beauty-Produkte und Wellness-Behandlung. Die Gäste, die waren so ein bisschen in Plauderlaune. So, und Sie feiern... Sie feiern dieses Jahr Ihr 50. Jubiläum. Die schwedische Gruppe ABBA hat Musikgeschichte geschrieben. Und sie hier ist stolz wie Bolle. Stefanie Hertel singt nämlich jetzt ABBA-Songs. Seit sie ein Kind ist, steht Stefanie schon auf der Bühne und ist außerdem fast genauso lange ein riesengroßer ABBA-Fan. Nun kann sie beides miteinander verbinden. Und schöne Nachrichten kommen von Daniel Radcliffe. Der Harry-Potter-Darsteller wird zum ersten Mal Papa. Und irgendwann wird sein Nachwuchs dann vielleicht auch Harry-Potter-Fan wie die Kinder von George Clooney, die ja ganz stolz sind, dass ihr Papa mal Batman war. Mehr Promis aus dem Netz jetzt. Diese Künstlerin gibt nicht gerne viel über sich preis. Sie will mit ihrem Talent glänzen. Anne-Sophie Mutter ist eine Weltklasse-Geigerin und sagt, dass Musiker schon privat sind, wenn sie eben auf der Bühne stehen. Und doch erfahren wir jetzt viel über sie in einem Film, der in die Kinos kommt. Da erleben wir die Musikerin und vierfache Grammy-Gewinnerin mal von einer ganz anderen Seite. Von der Geigenmusik jetzt 90er-Jahre-Songs. Die sind Kult bis heute. Auch die junge Generation hört ja gerne die 90er-Playlisten in den Musik-Streaming-Diensten rauf und runter. Songs wie I like to move it oder Where do you go werden immer wieder von DJs aufgelegt, um so ein bisschen die Stimmung anzuheizen. Apropos, eine der größten 90er-Jahre-Musik-Partys fand an diesem Wochenende in Gelsenkirchen statt. Ich danke Ihnen jetzt erst mal fürs Einschalten im Namen des gesamten Teams. Morgen startet die Woche mit Camilla. Diese wird übrigens aufregend diese Woche, denn König Charles ist zu Besuch in Deutschland. Ihnen damit erst mal einen entspannten Abend. Bis dahin. Tschüss.